Fantasyfilme sind irgendwie nicht so mein Ding. Ich bin auch die ganzen Herr-der-Ringe-Filme irgendwie blöd. Schatz, ich respektiere deine Meinung, aber... Pfff! Huuu! 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 Falt ihr zusammen oder getrennt? Darf ich heute ran? Hä? Das ist unser erstes Date! Ähm, bitte getrennt! Huuu! Cool, ein Schwert! Ich bin der ultimative Samurai! Tjaaaaaa! Budapah! Ich kann nicht glauben, dass er sie betrogen hat! Das darfst du aber wirklich niemandem weitererzählen! Klar, versprochen! Hey babe, ich muss dir was erzählen! Fill my cup of tea und lass keinen Detail aus! Huuu! Huuu! Meine Freundin sagt, es gibt zwei Dinge, die sie richtig krass an mir stören! Erstens, ich hör nie richtig zu! Und zweitens, irgendwas anderes! Huuu! Ähm, Schatz, ich kann so nicht! Was, wieso? Deine Katze beobachtet uns! Ignorier sie einfach, das macht sie immer! Ja, gib sie ihr Tiger! Ich will ne Show sehen! Miau! Na, bist du bereit für dein Date später? Ja, klar! Ich hab total viel Ananassaft getrunken! Was? Was? Mmh! Ist wirklich alles okay? Jaaa! Na gut, also bei mir heute in der Arbeit... Sag mal, spinnst du?! Du kannst doch nicht einfach so tun, als ob alles okay wäre! Ich hab dich doch viermal gefragt, ob alles okay ist! Ich hab daraus gewartet, dass du ein fünftes Mal fragst! Hm? Oh! Und sensierten Content findest du auf Patreon! Und die T-Shirts in der Videobeschreibung! Und jetzt genieß weiter das Video! Oh! Würdest du mich auch lieben, wenn ich ein Wurm wäre? Äh, ja klar! Wer weiß es! WTF? Oh! Frauen-Lifehack! Und sie denkt, man hört's nicht! Oh! Ich liebe dich! Ich dich auch! Ich dich einmal mehr! Nein, ich immer einmal mehr! Nein, ich lieb dich mehr! Nein, ich dich! Nein, ich dich! Ich dich! Oh! Hey, mein Honig-Butzi-Pupsi-Baby-Panda! Pssst! Oh, auf einmal ist das meinem kleinen Samurai-Krieger der Liebe unangenehm, oder was? Nein, mein kleines Blaubärchen! Aber doch nicht vor meinen Freunden! Hey, ist schon okay! Mein kleiner Honig-Butzi-Pupsi-Baby-Panda! Halt die Schnauze! Oh yeah! Zu jeder wütenden Frauen gehört ein Typ, der absolut keine Ahnung hat, was er falsch gemacht hat. Oh! Zum Glück bin ich 1,84 Meter! Ja, Mann, nervt mich voll, dass ich nur 1,78 bin! Wie? Nennt man einen Typen unter 1,80? Keine Ahnung! Einen Freund! Wenn sie dir fragen, wie du bist, dann musst du einfach sagen, dass du okay bist. Und du nicht wirklich okay bist. Aber du kannst einfach nicht in das, weil sie nie unterscheiden würden... Ah! Bring mich zu deinem Anführer! Da! Oh Mann, ich hab doch gesagt, du sollst vorher Bescheid geben, wenn du Gäste einlädst! Ich bin der Abgesandte des Planeten! Ruhe! Mit dir hab ich nicht geredet! Äh! 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 Oh Mann! Der Film war so traurig! Sitzt mein Make-up noch richtig? Äh! Ja! Man sieht eigentlich überhaupt keinen Unterschied! Äh! Hoffentlich könnten wir euch ein bisschen zum Lachen bringen! Und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und eure Kommentare! 他的 Videos und dieselbe Frogs Nasions werden gegen kreativ. Hee! Sein Team wiederseinschluss! ي 한템 Kubik Engels baik! Im Gonna! Zu c Марath... Ich bin der Film Garant! buildings carne- sausage! Und die Pilavo liegen relativ oft sogar jeden Tag! Esbeliev Itsoust距角 ist!